Hallo liebe Camper, willkommen auf unserem Kanal bei Mika Caravan. Dieses Video möchte ich ein bisschen aus Aufklärungsgründen ausstrahlen, weil es gehen immer wieder diese ein oder anderen Mythen draußen rum und da möchte ich jetzt mal ein bisschen aufräumen aus aktuellem Anlass, weil wir da immer wieder auch Diskussionen führen müssen. Verständlicherweise, also Gottes Willen, gar kein Vorwurf an den Kunden oder an denjenigen, aber ich möchte hier mal ein bisschen was aufklären. Bis gleich. Wie angekündigt, möchte ich aus dem einen oder anderen Umstand raus das ein oder andere mal berichtigen oder beziehungsweise mal erklären. Ich werde immer wieder mit der Thematik konfrontiert. Ich möchte mein Auto umbauen, aber ich habe das Problem. Mein Händler hat mir gesagt, wenn ich das oder das verändere, würde meine Garantie erlöschen. Ich kann euch dazu nur sagen, totaler Bullshit. Wortwörtlich. Und mir fallen da gar keine anderen Worte mehr ein. Und ich weiß auch gar nicht, warum Händler solche unqualifizierten Aussagen treffen. Und ich bin jetzt deswegen so ein bisschen direkt und hoffe, dass auch der ein oder andere Händler, der das immer so nach außen publiziert, vielleicht sogar sieht. Weil ich einfach nicht verstehe, wie man Menschen so belügen, verunsichern kann und immer wieder in dieses Fettnäpfchen treten lassen kann. Es ist mir schleierhaft. Ganz einfach erklärt. Es erlischt überhaupt keine Garantie. Zum Beispiel. Und ich nenne euch jetzt einige Beispiele, die das betreffen könnte. Wir bauen eine Solaranlage auf ein Fahrzeug, wo nagelneu ist. Funkel, Nägel, nagelneu. Der Kunde fährt es direkt vom Händler hierher zu mir. Sagt zu mir, Micha, ich möchte eine Solaranlage haben. Bitte verbau mir das. Ich sage, okay, machen wir. Und jetzt würde dann angeblich laut ominöser Aussagen die Dichtigkeitsgarantie komplett erlischen, weil ich eine Dachdurchführung mache. Zuerst mal für ein Laien natürlich sofort, oh ja, stimmt, der bohrt ja Loch rein, übernimmt natürlich mein Hersteller keine Garantie mehr. Das ist ein totaler Quatsch. Der Hersteller hat weiterhin diese volle Dichtigkeitsprüfungsgarantie zu gewährleisten. Das Einzige, was er nicht gewährleistet, ist dieses eine klitzekleine Loch, was ich gemacht habe, für mein Solarkabel. Wenn aber das Fahrzeug am Dachfenster, an irgendeiner Verklebung weit weg oder hat überhaupt nichts mit der Solaranlage zu tun oder mit dieser Dachdurchführung da undicht wird, hat er nach wie vor die volle Garantie zu leisten. Das Einzige, was er nicht machen muss, ist, die Garantie zu leisten, wenn mein Loch, wo die Dachdurchführung ist, für die Solaranlage undicht werden würde. Denn dafür trage ja ich die Gewährleistung. Nichts anderes. Das ist die Wahrheit. Genauso betreffend ist es mit elektrischen Anlagen. Man hört immer wieder, wenn ich mein Auto umrüste auf Lithium, erlischt meine Garantie. Totaler Quatsch. Nein, es erlischt keine Garantie. Es erlischt überhaupt gar nichts. Weil, wenn ich einen Lithium-Akku einbaue und ein halbes Jahr später wird irgendein Display kaputt oder irgendwas, dann ist das immer wieder ein Garantiefall. Das Einzige, was kein Garantiefall wäre, ist, wenn wegen meinem Umbau des Lithium-Akkus irgendein anderes Gerät, wegen zu hoher Spannung oder falschem Einbau, Schaden nehmen würde. Richtig. Aber dafür übernehme ja ich wieder die Gewährleistung. Denn ich habe ja den Akku eingebaut. Also habe ich auch die Gewährleistung zu tragen, was den Akku betrifft und was die Folgen daraus betrifft. Ist doch ganz klar. Also da möchte ich euch wirklich bitten, lasst euch diesen Bären nicht aufbinden. Es ist totaler Humbug. Wenn es denn so wäre, dann dürfte man an keinem PKW die Reifen wechseln. Weil so wie ich ja die Reifen wechsle, würde ja schon die Garantie von dem PKW erlöschen. Oder man dürfte auch keinen Heckspoiler hinbauen. Oder kein weiß der Teufel, was man alles an so einem Auto hinbauen könnte. Alles totaler Humbug. Natürlich kann ich das tun. Für dieses Teil, was ich da hinbaue oder was ich umbaue, übernimmt natürlich der Hersteller keine Garantie. Aber für den ganzen Rest ist er nach wie vor in der Garantiepflicht. Und ich weiß es ganz genau. Ich bin selber Händler von der Marke Tournee. Auch wir vertreiben Neufahrzeuge. Und ich würde in meinem Leben diese Aussage nie treffen, weil sie schlichtweg einfach gelogen ist. Natürlich würde ich sagen, wenn du was einbaust beim Händler XY, für diesen Einbau und für diese eingebauten Geräte ist der Händler zuständig. Aber für alles andere, für Dichtigkeit, für alles andere ist weiterhin Tournee verantwortlich. Sprich, der Hersteller. Also, vergesst es. Es ist totaler Quatsch. Es ist totaler Humbug. Lasst euch den Bär nicht aufbinden. Es ist einfach Schwachsinn. Wirklich purer Schwachsinn. Und sei der Hersteller noch so groß und noch so ehrfürchtig, weil er große Autos baut oder kleine Autos baut. Ganz egal. Diese Aussage ist Quatsch. Vor keinem Gericht der Welt haltbar. Überhaupt gar nicht. Man muss da schon ganz genau hingucken, was da Sache ist. Ihr als Kunde habt immer eure Garantie. Sei es vom Hersteller für den Rest. Sei es durch mich, den Händler, den Einbauer, durch das, was er getan hat, durch den Einbau. Denn da hat er die Gewährleistung zu tragen. Dagegen ist er versichert. Dafür ist er versichert. Dafür ist er auch natürlich derjenige, der das Ganze gemacht hat. So einfach ist es. Und das wollte ich euch einfach mal klipp und klar mitteilen, weil es einfach wirklich mal wichtig ist, dass man da klare Worte spricht. Weil die Diskussionen am Telefon und natürlich auch hier bei uns im Laden, das ist Wahnsinn. Also das ist, was da den Kunden erzählt wird, verrückt. Ja, das wollte ich euch nur mitteilen. Und dann habe ich noch einen kleinen Punkt. Wir sind dran. Wir sind wirklich dran. Aber ich bitte euch, ein bisschen Verständnis mitzubringen. Bei uns sind auch jetzt die Wartezeiten wirklich extremst angeschwollen. Ich weiß, es ist manchmal überhaupt nicht mehr schön. Es ist mir auch wirklich selber peinlich. Meine Frau hat mir heute gesagt, wir haben jetzt Termine im Mai nächsten Jahres vergeben. Verrückt. Leute, das ist verrückt. Wir sind dran. Wir kämpfen wirklich. Ich bin an neue Leute dran. Wir sind an Vergrößerungsmöglichkeiten dran. Aber das ist alles ein Prozess. Ihr müsst mir dran ein bisschen Zeit geben. Das geht alles nicht von heute auf morgen. So eine Halle ist nicht einmal schnell aus dem Boden gestampft. Das funktioniert alles nicht so einfach. Beziehungsweise so eine Halle ist auch nicht einmal schnell eben irgendwo gemietet. Weil es muss ja alles passen. Die Rahmenbedingungen müssen passen. Aber ich verspreche euch, ich bin da dran, dass wir auch in unserer Terminarbeitung schneller werden. Es wird sich auch in dem Herbst schon was tun. Da werden wir schon schneller werden. Also sprich nächstes Jahr im Frühjahr. Doch, wir müssen gucken. Ich brauche da nur ein bisschen Zeit. Aber wir geben Vollgas. Wir versprechen es, dass wir da ein bisschen schneller werden in der Umsetzung. Und auch euch kürzere Wartezeiten zumuten können. Und eben einfach das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. Da bitte einfach um ein bisschen Verständnis. Wir geben wirklich alles. Aber ich kann auch nur arbeiten. Und das sind wirklich lange Tage hier. Macht riesig Spaß. Machen wir gern. Und da jedenfalls arbeiten wir dran, damit das alles ein bisschen besser wird. So schaut es aus. Es war jetzt leider mal kein Technikvideo, aber ich musste das einfach mal losfahren. Ich musste euch das einfach mal mitteilen, weil ich einfach immer wieder diese unendlichen Diskussionen habe. Und ich möchte da wirklich mal so ein bisschen eine Aufklärung auch betreiben. Das sehe ich auch als meine Aufgabe, damit man da einfach mal gerade dahinter steht, was hier wirklich wahr und nicht wahr ist. Und was möglich und nicht möglich ist. Und da könnte ich euch Beispiele sagen, noch und nöcher, fatal, wirklich. Also was da draußen rumgeht und wie dann teilweise Kunden oder Besitzer, Wohnmobilbesitzer, neue Besitzer, was denen da erzählt wird, es ist manchmal einfach erschreckend. Und bitte, ich wollte euch da nur mal so ein bisschen die Wahrheit sagen, beziehungsweise auch Aufklärung betreiben, damit ihr nicht so verunsichert seid. Und fürs Zuhören bedanke ich mich bei euch. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Schreibt ruhig in die Kommentare über eure Erfahrungen, eure Erlebnisse diesbezüglich. Würde mich wirklich mal brennend interessieren, was da so für Aussagen draußen rumkursieren. Und ob ihr auch schon mal betroffen worden seid von solchen Aussagen. Ich freue mich drüber. Genauso wie über ein Like. Und alles Gute aus Dingesbühl. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.